Grüß Gott, mein Name ist Peter Kuhn, ich bin der Inhaber von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie heute einladen zu unserem Seminar Erfolgreiche Texte verfassen am 17. September 2015 in Randersacker bei Würzburg. Texten gehört zum Grundhandwerkszeug des Bildungsanbieters. Jeden Tag müssen wir Texte schreiben, einerseits für unsere Seminare, andererseits um diese Seminare zu bewerben, beispielsweise über E-Mails, beispielsweise in unseren Broschüren, beispielsweise in normalen Briefanschreiben. Gleichwohl sind viele von uns keine gelernten Texte. Dieser Tag dient dazu, die Grundlagen zu vermitteln. Was ist wichtig für eine gute Textarbeit? Wann schreibe ich Texte? Wofür schreibe ich welchen Text? Auch welche Zielgruppe möchte welche Art von Text gerne lesen? Wir werden betrachten, mit welchen Methoden und Techniken gute Texte erstellt werden. Wir werden uns beispielsweise dem Thema Kreativität zuwenden. Wo habe ich denn gute Ideen für Texte? Brauche ich ein ruhiges Umfeld, um Texte zu schreiben oder kann ich es im Büroalltag erledigen? Alles dies sind interessante Fragen. Und dann werden wir uns speziellen Textsorten zuwenden. Wir werden uns den Werbebrief natürlich anschauen. Wir werden sehen, was ist der Unterschied zur Werbe-E-Mail, die wieder anders aufgebaut ist. Und werden uns dann natürlich auch unseren spezifischen Themen wie den Seminarprogrammen zuwenden, auch den Unterschied zwischen Offline- und Online-Text anschauen. Wichtig ist, dass Sie am Ende dieses Tages feststellen können, was ist ein guter Text, was ist ein schlechter Text auf den ersten Blick. Und danach werden wir uns auch den von Ihnen mitgebrachten Texten zuwenden. Sie können und sollen Texte für diesen Tag mitbringen, die wir dann uns gemeinsam ansehen und gemeinsam Verbesserungsvorschläge machen. Ich freue mich auf Sie. Herzlich Willkommen in Randersacker.